Ja Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video Dawn of 2020 Es geht ja noch 80 Minuten das Jahr 2020 Es neigt sich im Ende zu Ein Video noch Nämlich Ein wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche euch allen nochmal einen guten Rutsch Vielen Dank auch an alle die mir einen guten Rutsch gewünscht gewünscht haben, an die die vielleicht mir noch einen guten Rutsch wünschen werden Oh Gott, nein das war Cyberpunk Vielen Dank an 182 Abonnenten, an die ganzen Aufrufe, vielen vielen Dank, vielen Dank für die ganze Unterstützung, hier nochmal ein Video Vielen Dank Einfach hier ein ganzes Dankeschön für das Jahr 2020 Vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht wieder dieses Jahr mit euch gemeinsam Abenteuer zu erleben und ich freue mich mit euch gemeinsam auf das Jahr 2021 Ich hoffe, wir werden auch wieder ein schönes, schönes Jahr haben Dass wir gemeinsam wieder schön Lützen machen können, die keine Ahnung wunderschöne Sachen machen können Dass wir gemeinsam Keine Ahnung Andere Scheiße noch erleben werden Und ja, die ganzen neuen Projekte Hitman Sherlock Assassin's Creed Legion Und Cyberpunk Genau, hier gibt es eine Lücke Die Lücke hat vielleicht was zu sagen Denn zwischen 15 und 17 Uhr Gibt es eine Lücke Nämlich 16 Uhr Jo, genau Lücke Also um 16 Uhr Kommt vielleicht noch was Oh, habe ich was angekündigt? Äh, ja Ich bin gerade am Assassin's Creed runterladen Wie blöd Black Flag Lade ich gerade runter Mit Revelations Ist er schon fertig? Liberation 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 Revelations Ist er fertig? Gott Liberation 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 Ja, kriegst du ja Kriegst du ja mal als Zunge Liberation Revelation Stimmt Liberation nie durchgespielt War verpackt War mal Aber ist jetzt nicht mehr Hoffentlich Ja, ist nicht mehr Ich hoffe Ich hoffe Die Reihe funktioniert Zu Bock Aber ja Aufnehmen werde ich auch wieder Im Jahre 21 erst wieder Weil Vorher Vorher komme ich nicht dazu Vorher natürlich nicht Also erst nächstes Jahr wieder Weil heute ist Weihnachten Am 31 Am 31 Weihnachten Für die Bescherung Nein, heute ist Silvester Äh, deswegen Mal schauen, wie nächstes Jahr wird Dieses Jahr war ja schon Interessant Haben wir ja schon Darüber geredet Im Jahreswirkung 2020 Was sicher Nur eine Stunde ging Aber einfach nochmal aus dem Grunde Weil Was sollte ich auch noch erzählen Ganz ehrlich Dieses Jahr Äh Es ist verabschiedet Es ist Es ist Dieses Jahr ist verabschiedet So Und damit Wünsche ich uns Und euch Ein wunderschönes Jahr Und ich hoffe Das nächste Jahr wird geil Wir werden auf jeden Fall Weiter gerne Geiles Zeug machen Hoffentlich Und ich danke Für die ganze Unterstützung Hier nochmal Vielen, vielen Dank Euch allen Einen guten Rutsch Auch die, die es noch wünschen Vielen, vielen Dank Und die, die es gewünscht haben An alle geht das Und die, die vielleicht mit diesem Video Den Kanal neu entdecken Vielleicht gibt es ja Leute Mit dem Video Jetzt können wir den Kanal neu entdecken Vielen Dank an alle Vielen Dank für die Unterstützung In welcher Form auch immer Haut rein Bis nächstes Jahr Euer Pirates Wir sehen uns Ich bin raus Ich haue das Video hoch Weil eigentlich wollte ich jetzt Keinen YouTuber machen Ich wollte mich nochmal ganz, ganz kurz bedanken Ganz kurz Und jetzt bin ich raus Wenn ich jetzt mit meinem Mauszeiger Auf den rechten Bildschirm gehe Und auf Aufnahme beenden drücke In 5 4 3 2 1 Schluss Bis nächstes Jahr